Hallo liebe Freunde des Bauens, heute geht es in unserer Webakademie um die Frage, wie man im Winter am besten betoniert. Beton härtet durch die Reaktion von Zement und Wasser aus. Beides sind Stoffe, die beim Anmischen von Beton Verwendung finden. Was ist aber, wenn die Gefahr besteht, dass das Wasser beim Erhärten gefriert und so nicht für die Reaktion zur Verfügung steht? Kann man in der kalten Jahreszeit dann überhaupt betonieren? Das sagen wir eindeutig ja, man kann, wenn man die richtigen Hinweise beachtet. Was muss man also beachten und welche Vorgaben geben uns die Normen? Welche sind die Voraussetzungen, um dennoch auf der Baustelle arbeiten zu können? Fragen, auf die Ihnen unsere Fachleute in der Webakademie und bei den Webseminaren die richtigen Antworten geben. Melden Sie sich gerne an unter www.beton-webakademie.de 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 Vielen Dank.